Die Brücke ist eigentlich der erste Baustein für die neue Ostbahn. Die Ostbahn spielt ja im Moment keine große Rolle, sie ist eine reine Regionalverkehrstrecke, aber wir wollen, dass sie wieder eine internationale, wichtige Verbindung wird. Wir sind im Süden Deutschlands, in Küstrin, neben der deutsch-polischen Borda. Was wir hier machen, ist die Installation einer neuen Railway-Bridge. Diese neue Brücke wird den Railtraffik zwischen Deutschland und Polen verbessern. Diese Brücke ist tatsächlich eine innovative Brücke. Sie weicht von den bisherigen Konstruktionen dahingehend ab, dass sie enger aus Carbon gemacht sind. Das ist was ganz Neues, spart Material, spart Gewicht und führt hoffentlich auch dazu, dass die Brücke noch länger hält. Also, wir sind sehr stolz darauf, dass wir so ein innovatives Projekt an dieser Stelle über die Oder schlagen können. Diese Brücke wird die Verbindung zwischen der österreichischen und österreichischen Europäischen Union verbessern. Und wir werden es über den Rheinland-Oder aus dem Rheinland-Oder-Konstruktion hervorrufen. Und wir als Mammut sind sehr stolz darauf, dass wir ein Teil von diesem innovativen Projekt an dieser Stelle beherrschen. Weil der große Unterschiede von dem Wasser-Level des Rheinland-Oder-Konstruktionen der Rheinland-Oder-Konstruktionen nicht möglich war. Es war nicht mehr möglich, dass die Brücke mit Pontons installieren. So, unsere Engineering hat eine andere Lösung gefunden, ohne Pontons, indem wir S-CAMP-T-Laufungspläte auf die Tower-Systeme benutzen. Mammut ist in viele große Brille-Projekte, aber dieser ist ein spezielles, wegen der Größen und der Größe der Struktur selbst. Deshalb brauchen wir viel spezielles Equipment. Im Vergleich zu anderen Brille-Projekten, wo wir kranen oder Pontons benutzen können, wir nutzen hier ein unterschiedliches Methoden, mit dem Launching Planen. Launchen diese Brille in einem Stück hat viele Vorteile. Wir schalten Zeit, wir schalten Kosten und wir reduzieren Disruptions zu einem Minimum. Die Brille hat 180 Meter und 2100 Tonnen. Wir benutzen Fixed Towers, wegen der starken Winde und der Wettbewerbe. We installieren Fixed Towers in den Berg, um ein stabiler und scherzende operativen zu haben. Wir schalten erst die Brille, ca. 2 Meter mit dem Klammingssystem. Nachdem wir die Wettbewerbe mit den SPMT-Systeme überlegen. Wir machen ein Transport von ungefähr 30 Meter, nach dem Berg, und von diesem Punkt nehmen wir es mit Fixed Towers überlegen. Wir entfernen die erste SPMT-Systeme, und dann starten wir die Launching Phase. Wir bauen die Strang-Jacks auf der Brille. Die Strang-Jacks sind mit dem Berg, mit dem Berg, mit dem Berg. Mit dem Berg. Die Brille hat wieder ein Wettbewerbe. Mit dem Berg. Die Brille hat einen Wettbewerbe. Ich muss die Brille nach dem Berg. Musik Wenn der Überhang auf der zweiten Begründung ein zu groß ist, müssen wir temporär in Wir haben also feste Störer installiert. Diese Störer sind alle mit hydraulischen Cylindern auf dem Boden. Diese hydraulischen Cylindern können wir natürlich monitorieren. Die dritte Störer nimmt auch das Wettbewerb. Dann wird es weitergehen. Wir werden etwa fünf Exes benutzen. In einigen Moment werden wir die Exes deactivieren und die Exes deactivieren. Die der Abitur der Bühne aus dem Boden verwendet werden. Die Reifung der Abitur der Abitur der Bühne aus dem Boden zerstört. Er ist in einem neuen Bühne aus dem Boden. Die Abitur der Bühne aus dem Boden zerstört. In der Abitur der Abitur werden wir über die Ausgabe von der Bühne auskürzen. Für die Seite dieser Brücke gibt es 350 Tonnen von Spezialequipment zu verwendet. including 96 Axel-Line SPMT und 26 Launching Plates. Das ist ein technischer und logistischer Herausforderung, aber wir können das sehr gut handle, durch unsere Erfahrungen und Netzwerk in unserer Mammut-Organisation. Der zweite Herausforderung ist das Wind-Land. Das ist natürlich ein hohes Bruch, ein großer Bruch, das viel Wind-Land macht. Alle hohe Winden und die Flexionen sind in der Ingenie genommen, natürlich. Wir haben Lösungen gemacht und alle Fixed Towers entwickelt. Normalerweise können unsere Standard-Equipment in eine Art von Longitudinal-Direktion rotieren. In diesem Fall haben wir eine Launching Plage, die über zwei Direkturen kann, also in Longitudinal- und Transversal-Direktion, die ein guter unterstützender Weg nach dem Bruch. Wir haben diese mansungelegenheiten über eine Falle herr inよろしく zum Team cùng mit tisch. Wir showen Sie uns die Frage, wenn sie nur auf . Wie man sieht, haben wir gerade den Oder-Bridge installiert. Wir haben eine erfolgreiche und leichtere Operation gemacht. Der nächste Schritt in diese Operation ist, dass es über die Klammingsjagden übernehmen, die Equipment von der Brücke entfernen, und dann die Anheide nach unten. Als ich zurück auf das Projekt bin, bin ich sehr stolz von der Team. Und wir haben die Arbeit gemacht. Der größte Volumen der Traffik macht diese Art von Infrastrukturprojekten notwendig. Für solche Projekte ist es sehr wichtig, zu minimieren interruption. Das ist, warum wir die Strukturen gebaut haben, neben der Installation Sight. Mammut hat eine große Erfahrung in großartige Brücke Installation und die Technikfähigkeit, um die Brücke als eine komplette Struktur zu verändern. Das ermöglicht Parallelarbeit in der Präparation Phase und schafft Zeit. Es ist sehr wichtig, zu sein, in einer sehr early Zeit zu unterstützen, mit Engineering und Feasibility Studies zu unterstützen. In dieser Weise können wir die verschiedenen Optionen für die Executionen Wir können die Smart-Solutionen für alle andere Brücke-Projekte, wo die Kräne oder Kontons nicht verwendet sind, oder effizient sind. Die Early Involvement, Creative Engineering und die Strong Teamwork machen dieses Projekt ein Erfolg. Die Untertitelung des ZDF, 2020